Die Spielewoche Shocking Short Highlights, powered by Firma Lammers und von Bernsen und Brockmann. Das Spielewoche, Ausgabe 161, Familie-Duell in der Oberliga Westfalen. Der Spitzenreiter SC Puls Münster 2 zu Gast beim FC Eintracht Rheine. Hier die Shocking Short Highlights. Los geht's! голова Münster! stills Vorkreisi bey Let's go. Hold it. I have no arm! Das alles und noch mehr ist zu sehen im aktuellen Heimspiel Spiel der Woche. Bis zum nächsten Mal.